Welche Herausforderungen müssen die Maschinenbauer momentan bewältigen? Ich glaube, dass viele Maschinenbauer im Moment ein Problem haben. Die haben eigentlich zu viel zu tun und müssen dann immer schauen, wo werde ich mich jetzt mit beschäftigen, mit Kundenaufträgen oder mit neuen Technologien. Und wenn die sich dann mit neuen Technologien beschäftigen wollen, dann wissen die oft nicht, wo anzufangen. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Also ich merke immer wieder, dass sie geholfen werden müssen, zu entscheiden, welche Technik zum Beispiel kann ich in meiner Firma am besten einsetzen. Wie könnten Deutschland und die Niederlande besser zusammenarbeiten? Also Deutschland und die Niederlande sind zwei Länder, die so eng miteinander verbunden und vernetzt sind, die sich auch so gut ergänzen, dass wir die deutsche Gründlichkeit und das holländische Pragmatismus gut zusammenbringen können. Wir haben auch gestern eine gemeinsame Aktionsagenda veröffentlicht, wo wir auch aufgeschrieben haben, wie das dann funktionieren könnte und wo wir auch anarbeiten könnten. Eines der Dinge, die wir jetzt machen müssen, ist, dass wir das Fieldlab-Modell, das wir mit Smart Industry in den Niederlanden nutzen, auch vergleichen, wie können wir das zum Beispiel in Deutschland einsetzen, damit wir dieses Pragmatismus zusammenbringen mit dieser deutschen Gründlichkeit, wo wir beide auch davon profitieren und einfach besser werden zusammen. Wie kann der Maschinenbau in Europa wettbewerbsfähig bleiben? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir zusammenarbeiten an Produktivität. Wir haben festgestellt, dass obwohl es so viele neue Technik gibt, auch hier auf der Messe, Hallen sind voll neue Technik, aber die Arbeitsproduktivität steigert eigentlich nicht. In den Niederlanden ist es nur ein Prozent pro Jahr. In Maschinenbau ist es, glaube ich, sogar zurückgegangen, obwohl wir eigentlich Sprünger brauchen in der Produktivität. Also wir haben jetzt eine Situation, wobei immer mehr Leute älter werden und zu wenig neue Leute dazukommen. Wir produktiv arbeiten müssen, aber eigentlich nicht produktiv genug sind. Und dieses Problem müssen wir gemeinsam lösen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.